los willkommen leute zurück bei rising world wir werden weitermachen wo wir in der letzten folge auch gehört haben also weiter ich werde weiter das haus bauen zumindest meine türrahmen und die türen und dann werde ich mich auf die suche machen nach sand was der klicks da so zur zeit veranstaltet davon habe ich echt keinen plan ich sammle eisen ich will nämlich die werkbank zwei machen und dann brauche ich eine menge eisen jetzt gucken was es da alles gibt fernseher und sonst solche bestimmt spiele konsolen switch PlayStation PlayStation 10 gibt es dann da schon Computer und so Internet Router ich hoffe mal wir können dann auch ein Auto craften das wäre es ja ein Eisen mehr doch da schön kein Eisen so ich hoffe mal ich habe jetzt erst mal wieder genug Holz ich glaube fünf oder sechs Bäume gefällt oder sieben oder so es wird denke ich mal reichen um ein Türrahmen und eine Tür noch zu machen und ich finde hier nur Stein ich habe mich schon etwas reingegraben in den Berg aber ganz vergessen ich glaube mal mit 132 Holz kann man schon ein bisschen was anstellen Bauelemente Fensterrahmen also auf die Berge zu kommen ist ja kein Problem ich will mal Türen so nein das will ich nicht ich will den da haben und den da haben so 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 geht das nicht 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 das geht nicht der Wolke hat die Wandhalterung nicht platzieren ok das olympische Feuer das olympische Feuer falls man mal weiter weg ist ich hoffe das Licht sieht man dann ich hoffe das Licht sieht man dann Berge ohne Ende so die Hütte ist abgeschlossen ok überall Fensterrahmen drin überall Türen drin ich finde eigentlich nur noch ein Dach ich glaube ich gehe nochmal in die andere Richtung ich glaube ich gehe nochmal in die andere Richtung berge ohne Ende au ich glaube ich bin gerade ein bisschen gefallen ich glaube ich bin gerade ein bisschen gefallen lieber doch vorsichtig gehen Stück für Stück bookstore hier ist auch nix hier ist auch nix hakt hier ist auch nix doch da ist noch das ist kein Eisen das ist kein Eisen und das ist der Tod alt Ups Geh raus, geh raus, geh raus Ach man, hier ist nix Ok Also Richtung Berge lohnt sich nicht zu gehen Haben wir noch Fundamente? Also ich habe keine aber ich kann die Steine geben Das ist nicht schlimm, hier in der Trose sind auch noch Steine Ich brauche noch ein paar Fundamente für die Terrasse Ok Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle Hm Aber auch nicht wirklich viel Eisen Kann man sich dann auch irgendwann Schienen bauen? Wieso wegen Eisenbahn? Ich mag Züge Bisschen Schellen Bisschen Schellen Ja Total So 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 Wie viel Eisen habe ich denn jetzt? Ähm Wo ist denn das? 11 Ok, 75 Reicht nicht Hm Ich will mehr Ja Du hast nicht zufällig noch Eisen im Inventar? Ich habe alles im Ofen reingeschmissen Meine 24 25 Gut Erde Erde Keine Sand Keine Sand Hm Oh Clicki Hat sich ein bisschen was verändert in der Hütte Und auf der Terrasse auch Guck mich lang an Ich habe auch ein bisschen was Neues gecraftet Mir war mal so Hm Bäh Next mal gehe ich in die andere Richtung Bahn Die Tür Oh Tüchel So schönen guten Tag ich bin der Bauarbeiter Ich muss hier mal meinen Jurist aufstellen Macht das Wir gucken mal sie haben kein Problem damit Ähm Ähm Jo So Was ist denn hier? Achso Was sind sie? Wollen sie mir zugucken oder was? Ich steh hier nur rum Gut Ich stell hier bloß mein Gerüst hin Also Keine Angst Soll eine Rampe sein Aber man kann hochgehen Ja Hat es noch ein bisschen gedauert Man kommt aber oben rauf Ja Um das Haus jetzt weiter zu bauen Ja Gut Dann kann ich ja die anderen beiden Dinger Die anderen Drei Dinger stell ich jetzt einfach mal daneben Dann sieht es vielleicht ein bisschen professioneller aus Dann sieht es vielleicht ein bisschen professioneller aus Wenn da mehr Gerüste stehen Dann wird es nur eine Rampe Brauchst du auch bloß eine Ja ich weiß Aber so sieht es vielleicht ein bisschen Beschissener aus Ja ich weiß Es geht eigentlich Wenn man mal guckt So Magst du auch nochmal gucken? Gleich Warte Ja Ja Ein Meter Ein Meter Und ich komm nicht Auf die Wand hier rauf Weil ich zu tief bin Jetzt komm ich da rauf Jo Also Ich sag mal ne Das wird nicht billig Ich sag mal ne Das wird nicht billig hier Das kann nicht wahr sein hier ne Das wird echt nicht billig Jo ok Ja sieht ein bisschen professioneller aus Ich weiß nicht die anderen beiden Dinger sind irgendwie zu niedrig geraten Ich weiß nicht warum Ich weiß nicht warum Ich hab nicht aufgepasst Das war ich nicht der war schon vorher kaputt Ja Dann mach ich schon vorher so Aber kann ich nichts Kann ich auf den Ofen springen? Würde ich nicht tun Ich halte sie gleich an Ich weiß nicht ob das zu gut kommt Ey Hier ist ein Schornstein Hier kann man durchgucken Halt sie mal an Will ich grad Woo Ich steh vollbrauch Äh Äh ja dann muss ich da ja Muss da ja im Dach irgendwie so ein Schornstein Gebaut werden ne Ich hab keine Ahnung Ich will mal gucken dass ich denn da oben drüber irgendwie so ein Schornstein So ein Abluft Ding hinkriege Für den Ofen Du hast ja jetzt aus der Schmiede quasi unser Haus gemacht Joa Ist mir egal So haben die Leute im Mittelalter auch gewohnt Ja Der Schmied hat auch in seiner Schmiede gewohnt Ja Aber nicht Zusammen Ein Raum mit dem Ofen gegessen und geschlafen Ich mag meinen Ofen also lass es Mein Ofen ist toll Ich liebe ihn Anmachen Ausmachen Ja und wie kann ich da jetzt was drauflegen Das muss ich bestimmt in der Hand nehmen ne Wahrscheinlich Dann Gib mir mal meine Axt herr hier Meine Streitachse Geht mal ein bisschen Tiere jagen hier Oh mein Gott der Tod Oh mein Gott der Tod Das ist so gruselig Ich mein's ey Hm Stell dich jetzt einfach mal dahin Ist hier eine Bertha Nein Kann ich Bertha einfach mal umbringen Schlacht dir jetzt einfach mal Bertha Ich weiß nicht Ich weiß nicht Äh 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 Garnrolle Okay Hey du Hey du Hey, du. Ich bin notsichtig. Hey, du. Hey, du. Glauben wir? Gibt es hier eigentlich an diesen alten Teichen nur... ...Kies? Gibt es hier auch irgendwo mal einen Sand oder so? Ah, habe ich auch schon gepopft. Gib mir her, dein Bacon. Ich habe jetzt Schweinefell, Bacon und irgendwie Schinken oder so'n Scheiß. Okay. Hau ich gleich... Eine Darenrolle. Hau ich mal gleich alles auf den Grill, wa? Jo. Komm her, hier. Miss Piggy, komm her, hier. So, der hatte nur Bacon. Alles klar. Dumm, didum, didum. Ja. So, dann werde ich mal auf dem Rückweg gucken, ob da noch irgendwelche Tiere rumrennen. Äh, wenn du Schafe siehst, ne, dann bringen Bolle mit. Ja, bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Ich glaube, die hast du schon alle abgemurkst. Abgemurkst? Ja. Brauchst du nicht abmurksen. Wieso? Ich kann's nur einfach so scheren. Obwohl du keine Schere hast, warum auch immer. Ich hab keine Schere. Ich hab Durst. Hier ist ein Schaf. Und was muss ich jetzt machen? Einfach nur F. F? Kann ich nicht. Ja, dann ist es vielleicht noch nicht so weit. Dann hab ich das vielleicht schon mal gemacht. Ja, das kann sein. Das sieht auch ziemlich kurz geschoren aus. Hm. Kann man diese Ziege eigentlich melken? Ich hab keine Ahnung. Nee, funktioniert nicht. Hast du einen Eimer? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht liegt's daran. Wooh! Hier ist ein schwebender Lok. Gleichfalls. Mit Gras. Wenn du da oben bist. Nein, ich bin hier zwischen unseren Anfängen und meiner Mine. Dazwischen bin ich. Ich bin nämlich schon wieder auf dem Rückweg, weil ich den Grill anschmeiße. Das ist eine Tomatenpflanze. Die hat, äh, ja, schon wieder Früchte dran. Und so will ich geben, ja, so ist es bei dir. Hast du schon irgendwo Hanf gesehen? Hanf? Wieso willst du ein Rauchen? Na, Hanf. Nein. Ich brauche Hanffasern. Hanf. Nee, Hanfblätter. Für Hanffasern. Okay, ich hab gedacht, du willst du ein Rauchen. Ich hab' ich gedacht, du willst du ein Rauchen. So, ich hab' jetzt auf jeden Fall acht Steaks und ein... Ja, ich weiß nicht, sind das Rippchen? Keine Ahnung. Ähm, Inventar. Ich schnapp' mir mal meine acht Steaks. Ich spinne beide rum. Ich nehm' die mal in die Hand. Kann ich die hier ruflegen? Oder muss ich die mit rechts ruflegen? Wuhu! Kiki, komm mal her! Warte! Wir grillen heute. Guck dir das an. Wuhu! Warte. Boah, jetzt ein Bier. Wir grillen ja heute. Wie dreh ich denn die überhaupt um? Äh, keine Ahnung. Ich glaube mal, die werden nach... Die werden, glaube ich, von beiden Seiten fertig, ne? Mach dir im Kopf, du bist halt Grillmeister. Ich hab Toast. Dann hol dir was. Oder hast du schon ein Bierfass gecraftet? Nein. Ich kann Fässer craften, aber keine Bierfass. Wie das aussieht, ne? Ach, du kannst dich drehen. Okay. Ich kann alles. Ich muss hier weiter grillen. Jetzt muss ich nochmal hier ans Feuer ran, weil ich hab hier noch so, ne? So, so, mal so. Alter, das geht. Ich kämpfe mal. Mit dem Scheißfleisch geht das. Hier, komm mal, komm mal, komm mal zum Feuer. Wo ich gerade bin. Komme. Hier sind doch diese ollen Spieße. Ja. Und bei dem anderen? Ne, da will ich gleich das andere Ding dranhängen. Von dem Schwein. Was ich hab. Hast du da jetzt noch einen Spieß frei? Nö. Schade. Ich hab da auch noch ein Steak. Ich wollte versuchen, deine Kartoffel rauf zu klatschen. Yo, ich hab hier fette Rippchen. Die kann ich da rauf klatschen. Auf dem Drillspieß. Da, kannst gucken, komm. Hängt rauf. Die Rippchen oder was das sind. Ja. Da siehst du, geht doch voran hier. Mit Essen. Hast du das in deine Tasche rumgetragen? Was? Hast du das in deine Tasche rumgetragen? Was? Das Essen. Ja. Ja? Ii. Ich hab Musseln dran. Ich hab mich gewaschen vorher. Ja. Wie lange hast du die Sachen schon an? Ich war gerade vorhin baden. Okay. So, und trau dir. Muss man das Ding jetzt hier noch anschmeißen? Oder wie läuft das? An... Mein Plan. Anmachen. Anmachen. Ausmachen. Anmachen. Ausmachen. Anmachen. Ausmachen. Hä? Und wie... Jetzt ist es aus. Oder wenn es nicht mehr qualmt. So. Und wenn es qualmt, dann ist es an. Würde ich mal sagen. So. Äh. Ey, wir haben da einen Webstuhl. Ja, ich weiß. Oh Mann, wir haben hier einen Webstuhl. Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt eigentlich hier... Ich bin mal hoffen, dass das Ding gleich fertig ist. Und dass ich mal gucken kann, ob der Bacon da hochpasst. Was schmeißt du mir denn hier vor die Füße? Was soll ich mit Verbände? Happy Halloween. Kannst dein Haus einwickeln. Soll ich jetzt Mumie spielen hier? Ja, toll. Du bist noch nicht am Bluten. Muss ich dann doch meine Kartoffeln fressen. Oder es ist Fleischfee. Äh, weiß ich nicht. Sieht noch ziemlich roh aus. Aber du könntest höchstens auf den anderen Dingern mal gucken. Ich hab jetzt meine Melone gefordert. Auf den anderen Feuerdingern da. Äh, ne? Ja. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem Schweinefell und dem Kuhfell? Warte. Zeig dir gleich. Ja, ist gut. Zeig dir. Daraus wird ja Leder, oder nicht? Ja, da brauch ich aber erst mal die, äh... Gerbgestellen. Da brauch ich aber erst mal 16 Holz. Camping. Ein Zelt können wir craften. Ja. Deswegen muss man auch erst mal umgucken hier. Was ist hier mit diesem Webstuhl hier, diese Ding, oder gehört das alles zusammen hier? Nee, nee, da musst du denn Wolle haben. Das ist ja... Baumwolle. Okay. Und dann machst du dir deine Garnrolle raus. 16 Holz. Oh! Woo! Komm mal her hier. Das Fleisch. Das Fleisch sieht schon annehmbar aus. Woo! Oh, kann man das schon essen? Ist es genießbar? Ess mal. Alter. Da. Und? Hammer geil. Ich will auch eins. Ich nehme mir noch eins. Du darfst jetzt das zweite, naja, auch noch unternehmen. Mhm. Oh, wie sieht's hier aus? Ach, holz. Äh, das dauert noch ein bisschen. Woo! Es ist fertig. Ich hab da noch ein rohes Steak irgendwo. Ähm, nee, das Fleisch kommt auf den Grill. So, warum hast du dir das andere Fleisch nicht noch runtergenommen? Weil das noch nicht gut war. Jetzt hab ich's mir runtergenommen. Und hier am Feuer hängt auch noch eins und am Grill hängt auch noch eins. Das am Feuer ist fertig. Mhm. Also dieses Steak-Zeug. Ja. Ich gucke mal, was die Rippchen machen. Ey! Wollte grad sagen, wo sind die Rippchen denn? Die sehen noch ziemlich roh aus. Ähm, ja, ich wollte gucken nach dem Bacon. Ob ich den einfach so auf den Grill schmeißen kann. Ja, den Bacon kann ich anscheinend auch so auf den Grill schmeißen. Woo! Und mehr passt nicht rauf. Hinten beim anderen Feuer ist noch ein Steak, ne? Okay. Ja. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ist nix mit, äh, ähm, Bratkartoffeln oder so. Hm. Oder Bratapfel. Weil wir Brat-Maxi-Grillen fängt die Stimmung an. Ist das jetzt endlich mal fertig hier? Das sieht nur so roh aus. Hast du noch Steine? Okay, ja. Ja, siehste, ne, mach ich fix selber, bevor ich nach oben gehe. Schnapp ich mir noch ein paar Steine und crafte mir noch ein paar Böden. Äh, paar Wände. Oder was soll ich jetzt als Boden nehmen für oben? Für oben? Ja, als Deckel, sozusagen. Holz? Holz. Aber dann müssen wir ja so viel Holz sammeln. Ja. Mit Steinen geht das doch viel einfacher. Haben wir doch auf Vorrat. Kann ich da nicht einfach irgendeinen schicken Steinfußbogen auswählen und den dann da reinklatschen? Könntest du. Kann ich nicht, nur, mach ich auch. Weil wir so schön vier Stein haben. Kein Bock jetzt noch wieder Holz zu sammeln. Weißt du, wie weit wir mittlerweile rennen müssen, um Holz zu sammeln? Ja. Wenn die Bäume hier vorne nicht wachsen wollen. Halt Maul. Entschuldigung, nicht du. Ähm, Pflasterstein, Lehm, Marmor, Holzblöcke, Holzplanken. Ich glaube, die Zeit ist schon wieder um. Stein, Fliesen. Ja, wenn der Klickster das sagt, dann wird das wohl so sein, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und, ja. Machen wir dann an der gleichen Stelle weiter. Machen wir an der gleichen Stelle weiter, wo wir stehen geblieben sind. Der Job ist dann endlich die Leckbank 2 zu bauen. Na gut, Leute. Haut rein. Und, tschussi. Ich bin Dank. Vielen Dank.